Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, eine von vielen Möglichkeiten, wie man seinen Server vor fremden Angriffen schützen kann. Vorab direkt, das ist kein Allheilmittel, es ist eine Möglichkeit, die in Verbindung mit vielen weiteren Möglichkeiten zum Schutz benutzt werden kann. Wer einen eigenen Server im Internet hat oder bei sich zu Hause, der greift oftmals auf diesen per SSH zur Administration zu. Und je nachdem, welchen Anbieter man da hat, ist das oftmals so eingerichtet, dass man direkt auf den Benutzer-Root zugreifen kann. Und wenn wir direkt auf den Benutzer-Root zugreifen können, dann können das die Angreifer grundsätzlich auch oder zumindest versuchen. Wir können hier eine Extraschicht an Sicherheit einfügen, indem wir dem mächtigen Benutzer-Root das direkte Einloggen verbieten. Denn wenn der Angreifer direkt als Root reinkommt, hat er logischerweise direkt Root-Rechte und kann eine Menge Schaden anrichten. Wir zwingen ihn aber, als normaler Nutzer reinzukommen. Also knackt er das Passwort, kann er nur Nutzerrechte besitzen und könnte praktisch keinen Schaden anrichten. Als diejenigen, die das Passwort kennen, melden wir uns, nachdem wir uns auf dem Rechner angemeldet haben, mit dem Nutzer-Passwort, dann am Ende mit dem Root-Passwort an und haben wieder Root-Rechte, können problemlos auf dem Rechner arbeiten. Er könnte zwar das Gleiche versuchen, allerdings das lässt sich nicht automatisieren. Er müsste es von Hand machen. Das würde ewig dauern. Das wird niemand machen. Um das jetzt hier zu zeigen, werde ich mich erstmal mit Putty auf meinem Windows-7-Rechner, funktioniert natürlich von jedem anderen Rechner auch, auf meinen Linux-Rechner draufschalten. Also erstmal das Profil laden, dann öffnen und ich zeige jetzt zuerst, dass ich mich derzeit noch als Benutzer-Root anmelden kann. Also einfach Passwort eingegeben. So, und ich bin auf dem Rechner als Nutzer-Root. Kann man auch abfragen, wenn ich einfach hier frage, Who-Am-I, ja, Benutzer-Root. Also rufen wir die entsprechende Konfigurationsdatei auf, in der die entsprechenden Regeln gesetzt sind, mit Nano und dann ETC, SSH und dann nochmal SSH-D, Strich unten, Config. Können wir entsprechend mit Autocomplete automatisch eintragen lassen. Ich musste jetzt nur SSH eingeben oder SSH-D und dann Tab-Taste, dann wird das Ganze vervollständigt. So, hier in der Konfigurationsdatei die entsprechenden Zeilen mit dem Doppelkreuz beginnend. Das sind nur Kommentare, die werden nicht bearbeitet. Da stehen entsprechende Informationen drin. Zum Beispiel hier als nächstes der Port, auf dem gelauscht wird. Also auf welchem Port muss zugegriffen werden, um auf SSH zugreifen zu können. Theoretisch den Port kann man ändern. Man bringt sich ja auch einiges an Sicherheit. Wenn irgendein dummer Scanner daherkommt und SSH nur auf Port 22 prüft, dann klopft er bei uns an den falschen Port und würde dann sagen, okay, da läuft kein Dienst. Weiß ich jetzt nicht, ob man davon ausgehen kann, dass das immer nur dumme Scanner sind. Es gibt wahrscheinlich viele Scanner oder die meisten, die scannen einfach alle Ports entsprechend ab. Aber abändern könnte man das hier. So, wir gehen ein bisschen nach unten, bis wir hier an Authentication kommen. Und das ist der Teil für die Anmeldung am System. Die wichtigsten Zeilen sind bei mir jetzt hier schon voreingetragen. Das dürfte bei Ihnen ähnlich sein. Ansonsten entsprechend eintragen. Login Grace Time, das ist die Antwort, die der Server wartet, nachdem wir uns eingeloggt haben mit dem Login-Namen. Das ist die Zeit, in der er auf ein Passwort wartet. Also, wenn wir das jetzt zum Beispiel auf 60 Sekunden kürzen würden, die Angabe ist in Sekunden, dann müsste der entsprechende Benutzer innerhalb von 60 Sekunden sein Passwort nachschieben. Die zweite Zeile, Permit Root Login Yes, die muss natürlich jetzt von uns geändert werden in No, denn der Root-Nutzer, der darf sich nicht einloggen. So, das war jetzt der erste Schritt. Gut, damit hätten wir schon erreicht, dass der Nutzer Root sich nicht mehr anmelden kann. Jetzt kann es natürlich auf einem Linux-Rechner viele Nutzer geben und alle können, entsprechende Rechte vorausgesetzt, auch auf SSH zugreifen. Wenn das allerdings Ihr Rechner ist und Sie im Grunde der einzige Nutzer sind, dann gibt es zwar noch weitere Accounts auf dem Rechner, aber Sie sind trotzdem der Einzige, der sich darauf zugreift. Dann kann es lohnenswert sein, anderen Nutzern auf Ihrem Rechner, von denen Sie eventuell nicht mal was wissen, den Zugang ebenfalls zu verbieten. Und das machen wir mit der Zeile Allow, also Allow Users. Nur den Nutzern, die da jetzt drinstehen, nur die dürfen sich anmelden. Das heißt, nicht nur, dass ein Angreifer sich nicht mehr als Root anmelden kann, sondern auch die ganzen anderen Accounts, die eventuell auf unserem Rechner sind, die kann er auch nicht nutzen. Er kann nur den Rechner nutzen, nur den Account nutzen, den wir hier spezifizieren. So, ich mache das jetzt mal beispielhaft mit. Semper Video, also nur der Benutzer Semper Video kann sich am Ende hier nur noch anmelden. So, wenn fertig, STRG-O, Speichern, STRG-X, das Ganze verlassen. Im letzten Schritt mit etc. init.d.ssh.restart starten wir den Server neu, also nur den SSH-Server ist jetzt erledigt, deswegen melde ich mich jetzt ab. Und insoweit, das müsste jetzt erledigt sein. Wir klicken nochmal drauf. Ich dürfte mich jetzt nicht mehr anmelden können als Benutzer Root. Also, Root, Passwort eingegeben. Dauert einen Moment, bis er das verarbeitet hat. Zugang verweigert. Also schließen wir das wieder. Ich darf das Passwort nicht zu oft eingeben. In einem anderen Video haben wir gezeigt, dass man dann eventuell auch gesperrt wird. Ist auf dem Rechner noch aktiv. Deswegen keine Falschversuche. Also, jetzt als Benutzer Semper Video. Der darf sich noch anmelden. Auch hier das Passwort für den Benutzer eingegeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in meinem Fall. So, und ich bin drauf. Hier kann ich natürlich auch nicht viel machen. Who am I? Ganz normaler Benutzer halt. Damit aber mit dem Befehl SU kann ich mich jetzt zum Super User machen. Dazu danach das Passwort vom Benutzer Root eingeben. Habe ich eingegeben. Enter. So, und jetzt bin ich wieder Who am I? Jetzt bin ich Benutzer Root. Und jetzt kann ich problemlos arbeiten. Ist also ganz einfach. Okay. So, und jetzt bin ich wieder.